In diesem Video geht es darum Aufgaben aufzuspalten und zwar ist gefragt nach den Prinzipien, nach denen man in der Ablauforganisation Aufgaben aufspalten kann. Wir sind also in der Ablauforganisation und wie der Name schon sagt geht es hier um Abläufe, moderner sagt man auch es geht um Prozesse und die Frage lautet nach welchen Prinzipien lassen sich im Rahmen der Ablauforganisation Aufgaben aufspalten. Also das Fragezeichen ist hier, gefragt ist nach den Prinzipien und nun sollte man in der Antwort auch wirklich Prinzipien nennen und es gibt zwei Ansatzpunkte für die Lösung. Nämlich einmal kann man das machen sachlich. Sachlich bedeutet man schaut sich die Aufgabe an und formal bedeutet, dass man eher auf die Umgebung und auf die Hierarchie schaut. Ich will das gleich noch besser verdeutlichen. Wenn wir nun ein sachliches Prinzip entwickeln, dann gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Prinzipien um Aufgaben aufzuspalten. Nämlich einmal können wir das tun, verrichtungsorientiert. Und das klingt furchtbar abstrakt, meint nichts anderes als das Was. Was ist zu tun? Und was tun wir am sinnvollsten als erstes? Was tun wir sinnvoll als zweites? Es ist sinnvoll, sich erst die Strümpfe anzuziehen und dann die Schuhe. Ja, verrichtungsorientiert ist also, was ist zu tun? Strümpfe anziehen, Schuhe anziehen. Das ist verrichtungsorientiert. Und das zweite ist objektorientiert. Hier konzentriert man sich eher auf das Wo. Wo wird es getan? Wobei man hier natürlich meint, an welcher Maschine. Objektorientiert heißt also, an welcher Maschine wird es getan? Das ist sachlich. Formal, da gibt es drei Möglichkeiten. Einmal nach Rang. Man kann Aufgaben aufspalten nach Rang. Zum Beispiel eine Führungsaufgabe und eine Sachbearbeiteraufgabe. Das wäre eine Aufspaltung nach Rang. Das zweite, man kann Aufgaben aufspalten nach Phase. In welcher Phase des Ablaufs sind wir? Sind wir am Anfang? Sind wir in der Mitte? Sind wir am Ende? Nach Phase und nach Zweck. Welchen Zweck verfolgt diese Aufgabe? Okay, das ist die Antwort auf die Frage, wie man Aufgaben aufspalten kann, nach welchen Prinzipien man Aufgaben aufspalten kann. Und Sie sehen, das sind die Schlüsselbegriffe sachlich und formal. Und dann haben wir bei sachlich Strukturzahl 2, nämlich verrichtungsorientiert, das Was und objektorientiert, das Wo. Und bei formal haben wir Strukturzahl 3. Rang, Phase, Zweck. Das Nach ist immer das Gleiche, kann man also weglassen. Rang, Phase, Zweck braucht man sich nur zu merken. Alles Gute, Marius Ebert. Rang, Phase, Zweck, Zweck, Zweck.